Ja, also heute wird eine Schule eröffnet, also die Hausdorff School for Advanced Studies in Mathematics. Da geht es darum, eben jungen Menschen eine Ausbildungsperspektive zu geben, also Postdocs hauptsächlich, die sich dann letztendlich über Möglichkeiten hier der Ausbildung qualifizieren für Professuren. Das ist, denke ich mal, eine großartige Sache. Die Mathematik gehört sicherlich zu den ausgewiesensten Bereichen in der Universität Bonn. Hier wird Spitzenforschung betrieben, die nicht nur für die Universität und das Land, sondern letztendlich international die höchste Reputation genießt. Nun, wir wissen ganz genau, dass es in der Wissenschaft um kluge Köpfe geht. Und ich denke, die Ausbildung von jungen Menschen, die auch in diesem Mathematikinstitut halt in hervorragender Weise betrieben wird. Auch im internationalen Kontext ist einfach entscheidend, nicht nur für die Weiterentwicklung dieses Faches, sondern überhaupt für viele Impulse, die wir auch in der Universität zur Weiterentwicklung brauchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.